Jonas Klappe Welche Farbe bin ich denn? Ich bin blau, ich bin blau So meine lieben Freunde, damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge Curved Fieber Ganz herzlich Jonas Jawohl, ja, nein Ich mach einfach mal die Musik kurz aus und das zu erklären Äh, diesmal sind wir zu fünft, denn wir haben Besuch von der Chewie Place Dem, der, geht das Vielleicht mal kurz Wieso, weshalb, warum Vielleicht mal kurz Hallo Ich bin tot Hab ich doch gerne gemacht Ähm, Kanal unten in der Beschreibung natürlich Und Jonas ist öfter, das geht gar nicht Äh, doch So, jetzt ist mal Erben hoch Geht ja mal gerne Und wir wünschen euch einfach viel Spaß und wieder Ähm, Vorsicht, Alarm vor der Lautstärke Welche Lautstärke? Ich hatte recht Oh, oh, ich bin schnell Wieso sind wir eigentlich immer die ersten beiden, die sterben? Weil ich scheiße bin Jonas ist scheiße Äh, nö Jetzt ist, jetzt ist der Mono, äh, äh, Jonas abgeschlachtet Ich gucke immer auf die falsche Farbe, ich gucke immer auf, auf Orange Wer ist denn Orange? Oh, 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 oh Ich nicht Oh, nee Wer, wer ist Orange von euch? Nein Wer ist so fett? Ich nicht Ja, Achtung, fettes Monster, Achtung, Achtung Oh, nein Ich bin die Geist, Alter Nein Doch So, Hintergrundmusik Und Jonas, du machst Apfelhure aus Nein Ja Haha Nein Kacke Yes Wer hat gewonnen? Ach, das gibt's ja nicht Du bist, du bist zu gut Eigentlich bin ich total scheiße Du bist vor mir Da leckt die, man, da leckt die Loll Ja, ich hab'n Buch Es ist einfach, Loll, weil ich das so schnell Jonas Loll, Jonas hat Mikro und Sound gemütet gleichzeitig Oh, geil, Respekt Oh, ich bin da und Nein Oh, nee Oh, 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 oh Nein Nein Jonas, ohne weg Also, ich muss sagen, es ist kurz verelfe, es macht einfach riesen Spaß, dieses Spiel zu spielen Oh Vor allem, wenn man Risse dann auch noch Ach, du Scheiße, jetzt wird's, Null, jetzt wird's knapp Ich zeig' aus Weil, wenn man das dann auch mal früher, wo man das Spiel kennenlernt mit betrunkenem Spiel, dann macht's Spaß, das macht das Spiel richtig Spaß Du weißt, was willst du machen? Nein, ich nicht Ne, wo ich das Spiel kennengelernt hab' Hab' ich mit betrunkenem gespielt Loll Guck mal Achtung, fettes Juli unterwegs Ach, Juli ist blau Ja Nein Und Chewie bleiß ich eins vor mir Spreche ich das eigentlich richtig aus? Ja, tschüss du Okay, gut Warum macht ein Panda immer so das gleiche? Er macht immer 3 Ja Weil ich kann Weil dem seine Maus kaputt ist, ja? Ja, meine Maus ist kaputt Ich gewinn das jetzt Das sage ich euch, die Runde gewinn ich Okay Oh Oh Nein Ich wollt Juli Äh Nein Oh ne Ich hab gehört, die Runde gewinnst du? Ja Hab' ich grad nicht gesehen, da steht doch bloß... Ah, bloß 1, 8,6 Das Beste war ja, als ähm der Cousin von uns ähm auf der Wiesn war und mein Bruder um 1 Uhr noch online war und der unbedingt Kartuswerk spielen wollte und deswegen mein Bruder erstmal Kartuswerk gekauft hat Nein Okay, das ist geil Und dann hat sie ihm auch noch versprochen Oh, oh, jawoll Nein 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 Ein Panda hat's geschafft Nein Guck mal, wie ich da so schön durchges... Geschlitzt bin Ne, geht Gesleidet, durchgesleidet Oh, ich bin blau Echt, seit man? Ich auch Du bist... Du bist... Du bist du... Du bist du... Nein Boah So Wer ist übrig? Wer ist übrig? Oh, jetzt gibt's... Nein Jonas Jonas wird schon wieder Erste, Alter Das geht immer gar nicht Ich bin der Erste Mann Nein, Jonas Ach so, oh, 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 oh Das geht gar nicht Jonas Oh, 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 oh Das ist fies Das ist das Gameplay Oh Gott, Jonas geht einfach drauf Oh, ich hab's nicht gesehen Ach, Kacke Ich hab' ja, yo, das einfach sagt mal Ja, ruhe Danach noch eine Runde Jo, komm Oh, ruhe oh, ruhe Oh, ruhe Ich bin schnell Ich bin.. Ich bin zu schnell Was hat hier da für schleifen? Geträter unten Ach, das geht's doch sehr Ich hab' 39 Ein nur Ein wird lustig Ich kann wirklich ganz viel Platz Nein, 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 nein Oh, die hat ja zu wenig Platz! Oh, Jonas ist eins vorm Platz, äh, ist eins vorm Gewinnen, Alter, es geht immer gar nicht. Okay, jetzt mach ich Jonas fertig, jetzt passt auf. Oh, ich passe! Hallo, Jonas, Türkis! Ihr seid richtig fies zu mir. Ah, ich bin tot, ich bin tot. Ja, ja. Nein, Lisa hat gewonnen. Nein, er hat einen Punkt doch bekommen, er hat gewonnen. Aber Lisa hat gewonnen. Ich will gewonnen, ich will gewinnen, ich will nicht. Lisa, Lisa! Yes! Wie ist das noch? Sehr gut, Leute, du gehst durch alle durch. Hey, wie jetzt? Oh, alle Lisa abdrängen, alle Lisa abdrängen. Ah! Du bist so blöd, Paddy! Ich kann nicht schaff's, ich schaff's aber doch nicht. Mach's jetzt einfach. Jawoll! Oh, ich lieg hin, NICH, LIG HIN! OHH! Ja! NEIN! Oh, 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 oh. Nein! Oh, Jonas, jetzt lacht, wenn du hänggeblieben wärst. Ah, mein Platz! sie hat okay er hat er gehört noch für noch eine Runde aber klar doch oder mann 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 nicht gehen mit dem ich jetzt er will doch nicht geht also tschau tschüss tschüss die Sitzkelecht und spielen auch eine Runde würde ich sagen oder ein einigen die letzte Runde 3-0 so mit dem Töten der Pizzer Schatten und schaue ich ob es umgeht das ist schlecht wer hat einen kreis gedreht ach dieser ich verlange eine andere willst du mich verarschen so liebe zuschauer das ist echt ne klasse internetverbindung schreibt einfach mal in die kommentare fettig du hast ne scheiße internetverbindung bei mir hängt es also ich kann nichts machen ich glaube der vanda verliert gut ich muss mal gucken wer wer ist ich habe das gemacht das war einfach bloß ein punkt fleck das war einfach bloß ein punkt fleck ich bin ich bin nein ja und jetzt nicht ich weiß es ist bestellst das Geld ich mache viel Spaß dabei ja kein Problem ja immer wieder gerne so warum war es nicht angeboten? Ah ne Lisa ist wieder da, okay Alter bin ich voll den Arsch von Lisa gefahren äh bei mir hängts mein Wundersgeschehen hat gewonnen ah lol, bei mir hat's gerade kann bei mir hängts immer noch nein fahr ich bei euch? also das war echt schwierig hey was ich jetzt lo- lol ich hab das, ich hab sehr schwierig gekämpft ey wieso kannst du ähm ich glaube ich hab hier gerade leichte Fails äh etwas du wirst jetzt mein Freund will ich sagen du bist ein Fail aber ja ja ah gut, jetzt gehts wieder ok ich will, und ich will jetzt gewinnen hab ich beschlossen? ne ich gewinn aber mein, hm ich seh einfach plus 2 Kreise äh hast du eigentlich äh ich ich nicht so sieh einfach Alter ich seh nichts ja jetzt geht's wieder glaub ja jetzt geht's wieder nein oh nein nein das langsame das bringt es eigentlich voll für den gegner das ist viel besser ja nicht immer ja zwei auf einmal ich habe ich gut gemacht das war das war gut eine schöne kurve ich habe ein kurve Fieber oh Gott Juli bitte geh nicht hier hängen morgen früh ok es kann nicht sein dass du es gewünscht ich habe eine Idee hey Paddy auf Orange ach nee was hast du nicht vorhabe nein also ich hätte ja eher dem Gast 4895 gegeben weil danke ich habe mehr Punkte um mich zu überholen oder damit ihr überhaupt nicht verailt jawohl jetzt sind nur noch wir Wälder und gegen ein Gast kann man nein kann man nur verlieren doch ein weisiges sicher will ich sein Paddy leckt nein das macht schon Spaß muss man wirklich sagen oh das war auch fies Lisa Lisa du bist bestell Lisa komm bitte ich bin jetzt die Monalia ja oh Lisa oh nein also war wieder eine gute Runde finde ich ich bin natürlich kein Rang aufgestiegen ach manno mich schon ich glaube ich und dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch und ich sag einfach mal bis zur nächsten Runde Curve Fever bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal tschüss tschüss